willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar hat jetzt dieser fake account von jo ollie der sich als jo ollie ausgegeben hat um ein paar abonnenten zu generieren hat tatsächlich so ein moister track hochgeladen ich habe schon die kommentare durchgelesen anscheinend ist es ein zwei jahre alter track aber ich glaube der hat sich doch nie gebeefst mit mäus mal schauen wir hören da jetzt mal rein ja ich würde sagen let's go danke für 100.000 abonnenten mein erster track hatte der ein 100.000 abonnenten auf seinem alten account krasse scheiße mann traurig wer hat den abonniert ich hoffe euch gefällt daumen nach oben danke an jeden einzelnen von euch hashtag team ollie in die kommentare 20k noch einem jahr einen monat später 100k ich wusste ich werde ein star mit den videos das war klar hat mich vergessen wo ich herkomme ein spot stand auf die beton immer bei der sache ganz egal was ich machte und ich rapp mich für die host rapp mich für die hater rapp mich für die ganzen clones ich map mich später und ich rapp mich für die host rapp mich für die hater rapp mich für die ganzen clones ja ollie nein ich rappe für mich mach das ganze hier für mich mich nein ich rappe für mich mach das ganze hier für mich mach das ganze hier für dich und für dich dank an meine fans 100.000 und ich lenke den bands dank an meine fans 100.000 und ich lenke den bands egal wie hart ich fall ich dir auf warum er ist ein stein jetzt ein haus genieße den applaus vertrang will hoch hinaus du willst es auch mach von dir gebrauch ich kann die hater nicht sehen als wären sie rauch alter ist der track schlecht alter ist der track schlecht aber ja schauen wir mal noch kurz weiter ob noch irgendwas gegen moys kommt bis jetzt war das ja kein disktrack das war irgendwie so ein 100.000 abonnenten special oder so gewesen schauen wir mal noch weiter ich feg nicht mit dir nein man ich feg nicht mit dir sorry ich feg nicht mit dir ich feg nicht mit dir sorry ich feg nicht mit dir ich feg nicht mit dir nein man ich feg nicht mit dir sorry ich feg nicht mit dir und ich rapp nicht für die hoes rapp nicht für die hater rapp nicht für die ganzen clones ich mach mich später und ich rapp nicht für die hoes rapp nicht für die hater rapp nicht für die ganzen clones Nein, ich rappe für mich, mach das Ganze hier für mich Nein, ich rappe für mich, mach das Ganze hier für mich Mach das Ganze hier für dich und für dich Dank an meine Fans, 100.000 und ich lenke den Benz Dank an meine Fans, 100.000 und ich lenke den Benz Gib Gas in deinem Leben, sonst erfällt es zu Staub Glaub an was du machst, guck ich lebe den Traum aus Wir wollen 4.000 Chats, bei mir läuft es jetzt perfekt Guck mal wie ich flex, Mädchen küssen, Bitch-Test Ich fick mich mit dir, nein Mann, ich fick mich mit dir Sorry, ich fick mich mit dir Also bis auf ich fick nicht mit dir, kommt in dem Song eigentlich nichts vor Ich denke wir geben uns den Scheiß auch gar nicht weiter Also war kein richtiger Diss-Track mehr, ein Clickbait oder so Ähm, ja, was soll ich dazu sagen Der wollte auf jeden Fall nur Abonnenten generieren auf Mois seinen Nacken Würde ich sagen Und ja, meldet einfach den Account auch Am besten zwei Strikes und der ist halt weg Ja, was soll ich dazu noch sagen Also sowieso schlechtes Lied Und ja, also es war kein direkter Mois Diss-Track Auf jeden Fall Ähm, was gibt's noch zu sagen Jo, Oli hat einen dritten Kanal gehabt Also der zweite wurde ja jetzt gelöscht Sein zweiter Kanal Und es gibt noch einen Der hat 2000 Abonnenten und er hat sein Lied Dieses Musikvideo 200.000 Klicks Ich wusste das gar nicht Ähm, auf jeden Fall hat er noch einen dritten Kanal Meldet den einfach auch Und dann ist er auf jeden Fall ganz weg vom Fenster Besser ist es auf jeden Fall für uns Und ja Diesen Folgeaccount könnt ihr auch melden Ich meine, was soll das Ähm, ja In diesem Sinne Freunde Folgt mir auf Instagram Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal Ich versuche täglich Videos hochzuladen Und ja In diesem Sinne Macht's gut Und dann sehen wir uns im nächsten Video Peace Erstmal